Hallihallo Löschen und ein wunderschönes Willkommen zurück, du kannst übrigens nebenbei schon einladen, äh, zu der Crew Wild Run, mit dem ihr seht's, Donbi, Aki und Dra und mir. Hallo. Oh, sagt mal hallo in die Runde. Servus. Das läuft. So, wir machen jetzt das Drag Race, wie wir vorhergehende Runde schon angedroht haben. Ähm, ich nehm mal den Ruf. Ja, das Fahrzeug fahrst du bereits. Halt die Klappe. Du nimmst den Apparat, dann. Was nehm ich? Den Apparat. Ein Apparat? Ja, geht der auch als Drag Race oder ne, ne? Ne. Aber lustig. Aber als Monster Truck, das ist schon lustig genug, man. Ja, toll. Hallo da drüben. Ich glaub, hier gibt's keine Möglichkeit, dass wir zu viert fahren können. Ach so, jetzt hab ich... Es sei denn, da vorne kommen irgendwo gelbe Tonnen, das weiß ich nicht. Alter, jetzt hab ich grad den Burnout total versaut. Oh Gott. Alter, ich muss erst mal wieder ins Drag reinkommen. Ach doch, hier sind gelbe. Hier sind gelbe Tonnen. Alter, ich hab alles versaut. Alles hab ich versaut. Das ging gar nicht schlecht. Ich darf nicht lenken, oder? Hier vorne kommen Tonnen. Ja. Am Ziel. Hier vorne kommen Donnen? In der Mitte kommen nochmal Tonnen, aber ich weiß nicht, ob das irgendeinen Vorteil bringt. Guck mal mal fest. Naja, zumal du dich ja abbremst da durch. Alter, voll schlecht alles. Wie war das beim Burnout? Muss ich mich auf den Punkt halten, oder? Bloß einmal erreichen. Ne, auf den Punkt halten. Du musst dich darauf halten. Ah, okay. Ich hab's nämlich grad alles versaut hier. Ah, das war natürlich auch wieder zu schlecht. Ich muss ja dazu sagen, ich bin mit dem Roof noch nicht einmal Drag gefahren. Ja, hallo ihr da drüben. Das war gut. Ja, für euch. Zwei Sekunden, wie Hammer. Der Show hat so euch rüber geswitcht, komm. Ich hab bloß Angst, dass ich die Kontrolle verliere. Also ich fahr grad mit Tasten, das geht. Geht um den Gamepad. Bin da, wer noch? Aber ihr seid zu weit vorne, ich versau grad den Burnout-Mega. Ja, was macht denn Aki hier? Vollen Anschlag. Was macht denn Aki, ey, voll... Aki, what did you do? Nothing. Der da ist grad bei mir hin und her geflogen. Ich war able to control call, just... Ip stream, I guess. Not much. Ah, Event abgeschlossen, ja, bestimmt total schlecht. Ja gut, die erste war ein Reinfall und die zweite war okay. Ich fahr das Ding mal mit der Dodge, mal sehen. Deine 30. Ich benutze nie alle drei Parten, also für mich ist der Auto mehr stabil als die anderen Parten. Achso, den Timor mag ich ja auch starten vielleicht. Wie, wie es ihr euch immer bei mir aushebt, irgendwie? Alter, nein! Ah, fuck! Ach, Kacke, das lief doch ganz gut. Ist doch scheiße. Nicht lenken. Ja, nee. Das ist wirklich... Nee, das ist schlecht, ja. Aber ich bin besser gekommen, also geworben. Trotzdem. Hä? Wie geht denn das bitte? Ich hab die Bande geknutscht und bin trotzdem besser. Jetzt steh ich auf einmal links. Warum nass? Ich stand grad so schön rechts. Ich soll nicht lenken, aber soll ich auf die Nebenspur wechseln, weißt du? Na klar, zum Schluss auch nochmal die Bande geknutscht. Mein Auto fällt auseinander, die Tür klappt auf und zu. Was ist denn los? Mein Fahrer hat die Tür wieder nicht zugemacht. Ja, Mann. Hey. Scheiß Regen, oder? Ich hab jetzt nur auf dich geachtet und dabei vergessen, dass ich bei den gelben Tonnen durchfahren würde. Naja, und wir müssen uns schon einigen, wer durchfährt. Nee, dass wir die Spuren wechseln, bitte. Na links nach rechts. Okay. Okay. Alter, was ist denn los? Ich hab gelenkt. Ja, ich auch. Aber ich hab diesmal nie die Bande geknutscht. Alter. Ja, schlechter geworden. Ja, schön. Aber ihr haut schon wieder was mit der Synchronisation nicht hin. Was? Das verstehe ich jetzt gar nicht. Ich komme mir nicht mal ansatzweise an meine Bestzeit dran. Oh, ich hab ne Farbe gewonnen. Das ist gut. 1.313er bin ich. Das ist nett. Na komm, was soll ich nochmal? Gestern mit meinem Kollegen zusammengefahren, war ich knapp über 14 Sekunden. Und er hat sogar unter 14 Sekunden geschafft. Hm, okay. Aber wir sind halt nur, wir probieren es mal, wir bleiben auf unserer Spur. Alle. Ja, wir können uns ja gegenseitig sprüchen. Eigentlich. Ich weiß nicht, macht das einen Unterschied, ob du dich zu zweit oder zu viert pusht? Macht's. Mist. War not versaut. Nein, warum hab ich gel... Oh Gott, das... Alter. Wie hatte ich jetzt niemanden, der mich überholt? Ja, ich schwör das, ich bin an dir. Ich hab den Burnout versaut, der war rot und damit hab ich ihn schon nicht mehr gekriegt. Und ich hab auch so die Spur gewechselt zum Schluss. Also, ich konnte die Kontrolle nicht mehr halten und bin zu dir rüber geswitcht beim Schluss. Ach, nee. Mein Controller funktioniert ab und zu nicht richtig. Ich drück vor grün ganz kurz hoch und er geht bei rot erst nach oben. Alter, was ist denn los hier? Immer zum Schluss zieht's mir irgendwie die Spur weg. Das sah auch nicht schlecht aus. Ja, das sah auch nicht schlecht aus, aber trotzdem noch zu schlecht. Ich hätte nie zum Schluss Ping-Pong spielen sollen. Lach nicht. Lach nicht. Die Deutsche Weiber kommt besser vom Start weg, kann das sein? Ja. Was für den hinter mir natürlich von Vorteil ist. Ich kann doch gleich erstmal einen Windschatten fahren. Oh, jetzt bin ich gespannt. Nee, schneller werde ich nicht mehr. Lauf beendet erster. Weeeey, uhu, uhu, uhu. 14, naja. Aber es sieht ganz gut aus schon mal. Für mich schätze. Mal gucken, was ich jetzt für eine Platzierung bin. Oh, ja, ein Aufkleber gewonnen. Es wird ja immer besser hier. Jetzt würde ich, es ist ein Screed bei mir. Oh, 334. Ja, siehste. Ist schon besser. Wollt er nochmal oder wollt er was anderes? Egal. Mir eigentlich auch wurscht. Ich bin kurz vorm Exotenpunkt. 40, äh, 40 Punkte fehlen mir noch oder so. Bis zum Monster Truck Kit. Machen wir noch einen Lauf. Oh, okay. Probieren wir nochmal. Mal sehen, ob ich... Ich würde nochmal den Beruf nehmen, aber da fehlt mir die ganzen Grips-Sachen. Fehlen mir da. Ich bleib bei der Deutsch. Ich müsste den ersten Gang bloß auch mal einen Perfekt hinkriegen. Vielleicht macht es das auch schon wieder aus. Oh, wer hat denn da ein anderes Auto? Oh, was ist das? Geht das bitte wieder? Oh Gott. Na, toll. Ich habe es komplett versaut. Ich habe gerade mit dem Joystick nach unten gedrückt zum Schalten statt nach oben. Macht natürlich nicht so viel Sinn. Das macht nicht so viel Sinn. Nee. Bei dem hier ist die Schaltung anders dann. Jetzt mal gucke ich, mit der besser rumkommt. Bei der Deutschweiber komme ich mit der Schaltung ehrlich gesagt auch ein bisschen besser klar. Aber ich muss halt nach oben drücken, nicht nach unten. Ja. Ich kriege auch den Burnout besser hin. Warum hat denn der mich jetzt quergestellt? Was, Kameraperspektiven mäßig? Ja, beim Burnout habe ich mich nach rechts auf die Brückenkante. Ich hatte Probleme bei dir überhaupt in den Windschatten reinzukommen. Was, Kameraperspektiven? Ja. Ja, ich gebe nur Gas gerade. Also ich lenke gar nicht. Jawoll. Gar ist im Arsch. Na, sobald hat es doch gelingt. Ja, klar. Du bleibst, ich kann nicht ziehen. Ja, nee. Ich darf einfach nie lenken. Dann verliere ich die Kontrolle. Das ist echt kacke. Echt kacke. Rekord. 2,55 und jetzt hatte ich 2,66. Na gut, dann machen wir was anderes. Oh, Monster Truck Kit. Yay. Jetzt habe ich einen Drifter und einen Monster Kack Kit. Einen Monster Kack Kit habe ich noch rumliegen. Driften? Einen Drifter habe ich auch, ja. Nein, ich meine jetzt driften als nächstes Event. Na, von mir aus. Müssen wir zweimal fahren, weil ich die Schaltung umstellen muss. Ja, ich auch. Ich würde mich gerne auf Lenkrad umschalten. Ich muss ja auch noch umschalten. Wenn du eine Sekunde wartest. Ja, oder? Gleich vorher umschalten. Ja, dann lassen wir es vorher. Drift. Okay. Hm, wo war denn das? Unter Steuerung bestimmt, oder? Ja. Hardcore trotzdem drinnen lassen? Obios. Ich mache, ich mache mal Sport. Hey, das Hardcore-Wattel. Ich auch. Betreten. Ich bin so betreten. Ähm, Akibi Drift. Okay, whatever you want. Let's go. Schwarzer Bildschirm. Keiner sagt was. Lade Bildschirm. Ähm. Test das erste Mal mit einem, wo ist mein Fokus? Naja, ich habe bloß einen offgelevelten Drifter zurzeit. Test das erste Mal mit dem Fokus. Ich kenne die Strecke noch nicht. Erstmal gucken, was von der Strecke ist. Macht das bei Driften so einen Unterschied, obwohl du dich eh bloß die ganze Zeit hin und her bewegst? Ja, ja. Und es regnet. Natürlich regnet es. Na klar. So ein Scheiß. Ich denke, man trifft immer zu schnell. Ja, genau. Ich drehe mich mal rum. Kommt erstmal Aki schön vorbeigedriftet hier? Ich bin von der Straße rausgeflogen. Ich bin über den Stein gedriftet. Die Strecke ist scheiße. Hat zwar echt sehr viele Kurven, was im Real Life Drift wahrscheinlich gut ist, aber hier im Spiel wieso? Jetzt geht es auch noch bergauf. Alter, da musst du da auf der Viertelstrecke schon mal die Reven wechseln eigentlich. Okay, dann kann ich den Fokus vergessen. Dann muss ich die Viper nehmen. Alter, ich sehe grün. Na, und ich sehe eine Mauer. Hallo, zurück. Driften ist so gar nicht meine Klasse. Ne, meine leider auch nicht. Ich müsste das echt mal mehr üben wahrscheinlich. Ich weiß es nicht. Alter, 44.000. Ich mag Driften eigentlich, aber... Nice looking, Mazda Aki. Thank you. Ja, hat was. Bisschen dreckig, aber ansonsten geht's. So, na, können wir nochmal. Von mir aus. 2.217. 3.306. So. Warte mal, ich weiß ja nicht, ob du jetzt hier nochmal auswählen kannst oder wo du nochmal rauswählen musst. Wegen was? Ach, wegen Auto. Auto auswählen. Naja, du musst nochmal rausgehen. Ah, okay. We will start, okay. Okay, okay. Wenn, wenn... Wenn... Bisschen abgebrochen, da der Crewleiter ausgestiegen ist. Aha. Der Crewleiter also wieder. Driften ist so gar nicht meins hier und weiter. Ich muss das mehr üben, glaube. Muss man ein paar Drift-Tests machen, glaube. Äh, ja, schließen. Den anderen will ich nie nehmen, der hat bloß eine 300er-Wertung. Ach, nee. Ja, genau. Ich drehe mich erst mal eine Runde. Ach, komm. Vertraue mit seinem Lambo, weißt du. Ich glaube, das muss hier Ruhe machen, an denen. Ja, Hupe geht übrigens. Hoch beim Skyline. Alter. Ja, ja. Hui. Ich krieg's grad so gar nie auf die Reihe. Einfach mal so überhaupt nie. Ich komm mir dabei vor, aber auch hier überhaupt nicht klar. Wir haben nicht schon mal annähernd so viele Punkte wie vorhin. Was ist denn los? Ja, Aki muss einen guten Drift haben. Ja, das kann ich mir vorstellen. Oder Zigarettenpause, es kommt ganz drauf an. Ja, du sagst das und ich habe die Chance verloren. Ja, ich weiß nicht. Ich hab den Dreh noch nie richtig. Ich hab das Gefühl fürs Driften echt noch nie raus. Aber ich spiel so zu wenig, muss ich ja sagen. Ja, schade. So, na gut. Machen wir was anderes, oder? In dem ersten, der gleich ja sagt es draus. Das kann ich gar nicht verstehen. Spielst du das zu gerne, ich weiß. Ich hab mich auf 1299 Punkte nochmal vom... Ich gar nicht, ich bin 1307ter. Und ich bin dreimal von der Strecke abgeflogen. Ich bin sogar ein Rang schlechter geworden grad. Manno. Ist ja fies, ey. Voll das Arschloch-Spiel. So, ja, du? Monster Truck? Von mir aus. Ah, halt, ich muss das mal aus. Umständlich. Das ist was, das ist zwar cool, so Monster Truck Arena. Aber, irgendwie ist es auch nie immer so meint. Aber, naja, mal gucken, wie ich jetzt vorankomme mit dem... Mit dem hochgelevelten. Mal sehen. From what I can say, you can improve the jump. I'm not sure you have... Points on jump. Yeah, we can do afterwards, Aki. Er meinte grad, ihr könnt euch beim Sprung noch ne Runde verbessern. Das können beim Windschatten probieren. Sprung? Mhm. Ja, ich hab noch gar keinen Rang. Aber ich seh grade, ich habe beim Drift, hab ich Silber. Mit 3.308. Und Dragster hab ich Platin. Und Crew Radarfalle hab ich auch Platin, seh ich grade. Ist cool. Das gefällt mir. Ah, mit euch fahr ich öfters. Was machen wir jetzt? Sprung, ne? Hat's ja gesagt. Musst du erst mal das Auto wechseln, oder? Sprung. Monster. Ach so, Monster. Okay. Es ist die Monster. Monster Party. Eieieiei. Ähm. De, 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 de. Ah, has failed to join the mission. Ja, bei mir steht, Drag konnte der Mission nicht beitreten. Bei mir steht, ich hab noch 10 Sekunden das Auto ausgesucht. Echt? Ja, alleine will ich da jetzt nicht fahren. Hallo, Achtung, ich will... Dann lass uns immer alleine fahren. Okay. Ich wusste doch, du kannst mich nicht leiden. Ich will die Monster Arena für mich allein. Du glaubst mir nur den 5000er. Ja, natürlich. Was soll ich jetzt machen? Ja, ich bleib gleich erstmal am Anfang hängen. Das ist gut. Oh Gott, Pfosten. Also, ne, ich selbst, aber... Da stand ein... Hab die Steuerung vom Rennen... Vom, vom, vom... Ja, deswegen denkt der so krass. Stimmt, jetzt wo du es sagst. Das hab ich vorher noch umgestellt. Ne, ich nicht. Das ist geil. Du tippst an und jetzt verreißt das Ding komplett. Ja, ne? Ich probier's mal so. Du hast so lange nicht erfahren. Ich muss jetzt mal wieder gucken, wie hier die Tastenbelegung ist. Ja... Stimmt, ja, weil du mit dem Lenkrad nicht nach hinten fliegen kannst. Das ist natürlich schlecht für euch. Ne, ich fahr jetzt mit Pet. Ich muss sagen, ich komme trotz Lenkradsteuerung... ...gerade relativ gut klar. Ist ja auch so, dass der wirklich... ...mega schnell reagiert. Ist ja klar. Aber... Ich hol mir jetzt den 5.000er. Den hab ich schon. Ah, 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 ah. Ja, ich muss unbedingt die Lenkung nochmal umdrehen. Ja, ja, muss ich auch gleich. Aber ich will mal kurz weiterfahren. Bei wie viel Punkten seid ihr so im Schnitt? Nur, dass ich mich mal leicht orientieren kann. Eine Minute und zwölf übrig. Und... ...30.000 Punkte. Ah, 26.000. Na, klar. Ja, 5.000. Gott der Scheiß Lenkro. Tschüss, 5.000. Ich dachte mir, ich lass die mal aus. Bin ich schon mal die 1.000 im Looping? Nehme ich mit. Was ist denn los? Ich bin echt nie der Beste in dem Scheiß hier. Hübsch, ne 34.000er. Das wird gut. Also ich bin bei... Ihr wollt's nie wissen. Siehst du? Ihr wollt's wirklich nie wissen. Bum, 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 bum. Aua. Schnauze aufgekommen. Also ich wäre bei 31.000, wenn ich den 5.000er gekriegt hätte. 38.000. Ja, ja. 45. Ja, ja, pst. Aber ich hab ein bisschen was verkackt. Ja, und... Ich hab die Steuerung auch gekackt bei mir. Kommt halt vor, ne. Dann brich mal ab, damit du nicht... Ich nehme an, ich nehme an, dass ich... sowieso aus der Crew draußen bin. Ja, irgendwie sind wir alle irgendwie so... Keine Ahnung, was da los war. Fahr mal fort und geh mal raus. Ne, sind alle noch in der Crew. Ich gebe bloß mal kurz das Headcourt. Ich geh mal kurz, äh... Irgendwider umschalten. Dann bin ich schon. Also ich bin ready schon wieder. Head, läuft. Aber bevor wir dies tun, äh, sage ich euch vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ja, das war jetzt ein bisschen, ja, Track und Monster Truck und Drift. Eigentlich alles in ihm. Und, äh, wir sehen uns hoffentlich zur nächsten Folge wieder. Macht's gut, bis dahin und tschüss. Auf. Tschüss. Bye, bye. Bis zum nächsten Mal.